Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast zum Thema der Autismus-Spektrum-Störung von und mit Timo Warnholz. Wir starten sofort ins Thema. Schön, dass ihr da seid. Jawohl, und das wollen wir natürlich auch tun. Und heute haben wir ein weiteres Thema aus dem Bereich der Wahrnehmungsverarbeitung. Und wir werden uns heute beschäftigen mit der sogenannten visuellen Wahrnehmung. Das heißt, wir sind ja mit allerlei Lichtimpulsen beschäftigt, die in unser Gehirn kommen. Und das funktioniert natürlich über den reizverarbeitenden Apparat Auge. Ja, und auch hier die kleine Einführung, nur ein paar Sekunden, die die Zuhörerinnen, die schon länger jetzt hier mit dem Thema Wahrnehmung hier zuhören, auch schon kennen. Aber trotzdem möchte ich nochmal alle ins Boot holen. Also, autistische Menschen haben ja in der Regel eine Wahrnehmungsfilterschwäche. Das heißt, Reize werden ja auf andere Art und Weise im Gehirn verarbeitet. Und das bedeutet, dass zum Beispiel ganz viele Reize gleichzeitig wahrgenommen werden, weil kein Autofokus gesetzt werden kann. Und das trifft hier natürlich beim Gucken, also bei der visuellen Verarbeitung von Reizen auch zu. Und ja, autistische Menschen sind in diesem Bereich eventuell sogar über- oder unterempfindlich. Und was das in der Praxis bedeutet und was man da vielleicht tun kann, um da ein bisschen Unterstützung auch auf den Weg zu bringen, das gucken wir uns in dieser Folge hier einmal an. Ja, und da starten wir jetzt mal mit. Grundsätzlich ist es so, dass Lichter ja ganz viel oder Lichtimpulse, Strahlung, Lichtstrahlen ja ganz viel mit den verschiedensten Prozessen in unserem Gehirn zu tun haben. Zum Beispiel steuert Licht ja auch, ob wir müde sind oder ob wir besonders wach sind. Und Lichtstrahlen hat eine oder vor allen Dingen ja auch Sonnenstrahlen haben eine ganz besondere Wirkung auch auf unsere Psyche. Denn hier sind wir durchaus dann auch in der Lage, durch diese Sonnenstrahlen Vitamin D zu generieren. Und das sorgt dafür, dass wir zum Beispiel ja es ein bisschen schwerer haben, depressiv zu werden unter anderem. Und dementsprechend ja ist Licht und sowas ziemlich wichtig. Und wir starten wie immer mit den überempfindlichen Menschen. Also die haben ja in der Wahrnehmung das Problem, dass alle Lichtimpulse viel zu stark in ihrem Gehirn ankommen. Und deswegen könnte man sich vorstellen als neurotypischer Mensch, dass das ungefähr so ist, als würde man den ganzen Tag so ein bisschen in die Sonne gucken. Und ja, wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das eine ziemlich unangenehme Geschichte ist. Und dementsprechend ist es manchmal ziemlich schwierig, dann auch bestimmte Details zum Beispiel zu erkennen. Und weil die halt so überblendet sind oder vielleicht auch einen schwierigen Kontrast haben, denn durch dieses Überblenden. Und dementsprechend ist es manchmal ziemlich schwierig für autistische Menschen, dann auch so in Räumen, in denen sich viel Lichtquellen befinden, gut zurechtzufinden. Und das ist in der Schule ganz oft so, dass die Sonne da so in die Klassenzimmer durch diese riesigen Fenster zum Beispiel scheint. Und das dann schon ziemlich schwierig sein kann, damit irgendwie klar zu kommen. Ja, und was können wir da machen? Das ist ja auch immer gleich die Frage. Ja, da kann ich mir Folgendes zu sagen. Ich kenne viele Menschen, die denn dazu tendieren, zum Beispiel eine Sonnenbrille zu tragen. Und ja, das ist auch eine ziemlich gute Strategie. Denn die nimmt natürlich diese UV-Strahlen auch ein bisschen raus und sorgt dafür, dass man die Lichtimpulse nicht mehr so stark wahrnimmt. Aber wen erzähle ich das? Ich gehe mal davon aus, dass alle zuhörenden Personen heute einmal in ihrem Leben schon mal eine Sonnenbrille auf hatten und dementsprechend so eine ungefähre Idee davon haben, wie das so ist genau. So, hier ist ganz wichtig. Sonnenbrillen haben ja auch immer so ein bisschen diesen Faktor Coolness. Und da ist es für Menschen im Umfeld ganz wichtig, darauf zu achten, dass sie halt nicht jetzt das verwechseln. Also, dass Kinder und Jugendliche nicht jetzt eine Sonnenbrille tragen, weil sie besonders cool aussehen wollen, sondern weil sie es einfach brauchen, um ihre Reizbalance im Gehirn ein bisschen unter Kontrolle zu behalten. Und ja, diese Lichtimpulse können halt sehr stark dafür sorgen, dass es für sehr viel Irritation sorgt. Und das schlägt natürlich auch sehr auf die Stimmung und das Verhalten von Menschen, die hier übersensibel sind. In der Schule zum Beispiel könnte das Tragen einer Sonnenbrille oder auch das Tragen einer Schermütze. Denn viele Lichtimpulse kommen ja auch von oben so in der Einstrahlung und da kann auch eine Schermütze schon helfen. Und die können zum Beispiel hier jetzt in der Schule, wenn das richtige Gutachten vorliegt, als Nachteilsausgleiche auch eingesetzt werden. Das heißt, es kann im Gutachten, im Fördergutachten festgelegt werden, dass eine Sonnenbrille oder eine Schermütze getragen werden dürfen. Und das ist dann auch verbindlich und kann durch die Lehrkräfte dann auch nicht mal nochmal ganz eigensinnig anders entschieden werden. Da müssen die sich dran halten. Genau. Und dementsprechend, ja, autistische Menschen, die Sonnenbrille tragen, da sollte man überlegen, warum machen die das? Und vielleicht ergibt es sogar ganz viel Sinn. Und dann haben wir natürlich auch unterempfindliche Menschen und die haben oft ein Problem damit, zum Beispiel Kontraste gut zu erkennen. Das heißt sagen, dass Dinge verschwommen sind zum Beispiel oder so einen Grauschleier haben. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass die Menschen bestimmte Details in der visuellen Wahrnehmung nicht richtig deuten können, weil sie halt immer alles so ganz abgedämpft oder viel zu dunkel oder schattiert wahrnehmen. Ja, und das kann viele Auswirkungen haben, wie zum Beispiel, dass insbesondere Menschen, die hier unterempfindlich in der visuellen Wahrnehmung sind, zum Beispiel Gesichter noch schlechter erkennen können, als es vielleicht andere autistische Menschen sehen. Also wir wissen ja, haben wir auch schon darüber geredet, dass das viel mit den Spiegelneuronen zu tun hat. Deshalb hat diese Suche nach den Blickkontakten, dass autistische Menschen da ja auch oft nicht so daran interessiert sind. Aber es gibt dann halt noch diese Verstärkung, dass zum Beispiel durch diese Wahrnehmungsauffälligkeiten dann auch Gesichter überhaupt gar nicht richtig erkannt werden, weil die halt so verschachtelt und verschattet sind, könnte man sagen. Also einfach einen schlechten Kontrast haben und dadurch schwer zu erkennen ist dann, wer in dieser grauen Fläche jetzt die Nase ist oder der Mund oder die Augen, das kann schon ziemlich irritierend sein. Ja, und hier kann es sein, dass Menschen, die in diesem Bereich untermfindsam sind, da natürlich sehr stark gegenregeln. Und das haben wir auch schon oft besprochen, dass der Mensch ja ein klares innerliegendes Bedürfnis hat, Reizverarbeitung zu betreiben. Denn die ist ja quasi die Grundlage unserer Intelligenzfunktion. Das heißt, durch den Austausch von Reizen und die Verarbeitung von Reizen und die Interaktion mit der Umwelt, da schaffen wir sinnvolle Verknüpfungen im Gehirn. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir gefährdet, dass wir hier auch vielleicht bestimmte Entwicklungsschritte im Gehirn oder in der neuronalen Vernetzung gar nicht so gut mitgehen können. So, und wie mache ich das nun? Wie setze ich diese Reize? Ja, indem ich zum Beispiel ganz besonders drauf Wert lege, dass immer überall ein grelles Licht an ist. Und das wäre ja das, was Menschen mit Überempfindlichkeit in den Wahnsinn treiben würde. Aber Menschen, die untermfindlich sind im visuellen Bereich, die finden das schon ganz gut. Das heißt, das kann sein, dass die immer ein ganz grelles Licht haben. Also wir arbeiten ja auch viel so mit gedämpften, indirekten Licht so im Alltag. Aber die könnten dann auch zum Beispiel so scheinwerferartiges Licht bevorzugen, damit Dinge halt gut ausgeleuchtet sind. Und das führt dann dazu, dass Dinge auch, also vor allen Dingen auch Details, besser erkannt werden können und besser analysiert werden können. Und es kann sein, dass die zum Beispiel mit einer Taschenlampe sich Sachen angucken, dass die Fernseher ganz hell eingestellt sind und Computerbildschirme auch. Und auch hier gilt es dann, sich nicht zu wundern und das komisch zu finden, sondern da einfach mal drüber nachzudenken, ob das vielleicht für die Menschen, die das so einsetzen, absolut sinnhaft und wünschenswert ist auch, dass sie so eine Strategie entwickeln. Ja, und bei beiden Ausrichtungen stellen wir wieder Folgendes fest. Es ist einfach total wichtig, einmal zu gucken, warum tun Menschen das? Also nochmal drüber nachdenken, dass bestimmte Ideen und Interventionsmöglichkeiten einfach ganz sinnhaft sind. Und dann sollten wir als Außenstehende auch darauf achten, dass wir autistische Menschen das auch zugestehen, dass sie diese Intervention einsetzen können. Denn das ist für alle eine viel, viel angenehmere Art des Miteinanders. Und mit dem Gedanken lasse ich euch jetzt mal allein. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut. Und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.